Viparita Namaskar Sama Konasana, auch genannt Viparita Namaskar Upavishta Konasana, ist die sitzende Grätsche mit Handflächen hinter dem Rücken. Viparita heißt umgekehrt, Namaskara ist die Großhaltung. Du gibst die Handflächen zusammen hinter dem Rücken und so hast du Viparita Namaskar, und in der gleichen Zeit hast du die Beine auseinander. So bist du in Viparita Namaskar Sama Konasana, ist zum einen eine Stellung der Ehrerbietung vom Standpunkt der Hände her und eine Stellung, in der du dich mit Mutter Erde verbindest. Das ist eine Stellung, wo du von Beinen und Brustkorb her dich mit der Erde verbindest und mit den Händen Ehrerbietung ausdrückst.